Nun, das 1 mal 6 ist dran. Fangen wir gleich an. Es kommen nur 6er Aufgaben. 1 mal 6 ist dran. Gut, also 3 mal 6 gleich 18. 8 mal 6 gleich 48. 9 mal 6 gleich 54. 6 mal 6 gleich 36. 6 mal 6 gleich 36. 7 mal 6 gleich 42. 0 mal 6 gleich 0. 10 mal 6 gleich 60. 10 mal 6 gleich 60. 5 mal 6 gleich 30. 6 mal 6 gleich 36. 2 mal 6 gleich 12. 0 mal 6 gleich 0. 6 mal 6 gleich 36. 4 mal 6 gleich 24. 3 mal 6 gleich 18. 4 mal 6 gleich 24. 10 mal 6 gleich 60. 10 mal 6 gleich 60. 8 mal 6 gleich 48. 6 mal 6 gleich 36. 7 mal 6 gleich 42. 5 mal 6 gleich 30. 10 mal 6 gleich 60. 4 mal 6 gleich 24. 4 mal 6 gleich 24. 10 mal 6 gleich 60. 8 mal 6 gleich 48. 9 mal 6 gleich 54. 1 mal 6 gleich 6. 1 mal 6 gleich 6. 10 mal 6 gleich 60. 1 mal 6 gleich 6. 6 mal 6 gleich 36. 1 mal 6 gleich 6. 3 mal 6 gleich 18. 5 mal 6 gleich 30. 1 mal 6 gleich 6. 2 mal 6 gleich 12. 3 mal 6 gleich 18. 6 mal 6 gleich 36. 8 mal 6 gleich 48. 1 mal 6 gleich 6. 8 mal 6 gleich 48. 10 mal 6 gleich 60 2 mal 6 gleich 12 1 mal 6 gleich 6 Gut, es geht also auch 0 mal 6 Also ich werde jetzt hier zum Schluss nochmal die Links anfügen Hier ist nochmal grundsätzlich wahrscheinlich dann an der Stelle erklärt Also das Video da, da geht mal rauf Falls ihr das noch nicht wisst, wie das funktioniert mit dem Üben Mit diesen Videos hier Ansonsten, ich wünsche euch viel Freude, wenn ihr es dann drauf habt Macht's gut, tschüss